Trauer um Françoise Ardy, die französische Chansonsängerin, ist nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben. Ardy wurde bereits als 18-Jährige mit ihrem Lied Tous les Garçons et les Filles bekannt, war eine Stilikone der 60er Jahre. Französische Politiker und internationale Musiker würdigten die Sängerin als Legende und Idol.